Hast du dich in Potsdam auch schon so gut eingelebt wie Lia? Ja, ich weiß nicht, was Lia so sagt, aber ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich glaube, ich wurde gut aufgenommen von der Mannschaft und fühle mich bisher die zweieinhalb Wochen jetzt sehr wohl hier. Die Sonne scheint jeden Tag, das macht es alles ein bisschen leichter, manchmal ist es fast ein bisschen zu heiß. Aber es macht Spaß und ist natürlich auch sehr anstrengend. Und schon eine Wohnung gefunden? Ja, schon davor. Ich war im März mal hier und habe mir dann ein paar Wohnungen angeguckt und wurde auch relativ schnell fündig. Und Potsdam ist eine schöne Stadt und deshalb, glaube ich, lässt sich hier auch gut leben. Auch ein teures Pflaster, aber gut, wenn man aus München kommt, geht es nicht? Ja, im Vergleich zu München ist es schon billiger auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, nochmal eine Schippe teurer. Aber wie gesagt, hier lässt sich sehr, sehr gut leben. In München bin ich ja doch schon einiges gewohnt, auch ein bisschen vielleicht anspruchsvoll. Aber ich bin sehr positiv überrascht auf jeden Fall von Potsdam. Ja, auch vom Training. Ihr müsst ja dreimal am Tag in der Regel trainieren und dann bei dieser Hitze. Ja, also auf jeden Fall eine Umstellung vom Umfang her. Wir haben in Bayern auch sehr hart trainiert, würde ich sagen. Auch viel im athletischen Bereich gemacht. Aber Potsdam ist da, glaube ich, immer noch die Nummer eins. Bernd Schröder an der Spitze. Das ist auf jeden Fall eine Umstellung, dreimal am Tag zu trainieren. Ich war auch lange verletzt. Von daher halte ich noch gut mit. Die Muskeln halten noch alles aus und das Knie hält bei mir. Das ist das Wichtigste. Und trotz alledem macht es auch Spaß. Du trägst ja die Zehn, das ist ja so eine berühmte Nummer, so ein bisschen Spielmacherposition. Wäre das auch die Position, die du gerne bekleiden würdest? Ja, zumindest habe ich die in der Vergangenheit auch immer gespielt und sehe mich da auch am stärksten. Ich denke, dass mich der Trainer auch auf der Position sieht. Wir haben jetzt noch einige Testspiele, hatten bisher noch keins. Und da denke ich, wird sich dann auch herausstellen, wo ich dann meine Position einnehme im Team. Und ja, mir geht es natürlich auch darum, dass ich auch in die erste Elfte rücke. Das ist mein Anspruch, ja. Jetzt ist ja auch gerade die Frauen-EM-Nationalmannschaft. Ist ja wahrscheinlich für dich auch ein Thema, auch wenn du jetzt nicht dabei bist? Ja, noch ist die Nationalmannschaft in weiter Ferne für mich. Also ich habe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, 17 Minuten insgesamt gespielt. Und für mich ist es einfach wichtig, jetzt auch mal wieder Bundesliga-Luft zu schnuppern. Nicht nur zu trainieren und Testspiele zu machen, sondern wirklich auch mal wieder im Bundesliga-Alltag anzukommen und da Fuß zu fassen. Und alles Weitere kommt dann von ganz alleine.